Willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu neigen gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil booten wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind glücklich, dass wir dich an Bord und dass wir dich an Bord anbord haben können, dass wir dich an Bord anbord anbord anbord. D дуже Đ bagsent imper zijn der Bord anbord 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 oder die不錯? new까 amucid�에서 test Ihren katures Was geht denn hier? Was geht denn hier mit Flixbus? Alright, cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020